Haben Sie mich gerufen, Doktor? Doktor Mendes? Bitte, Entschuldigung, ich war gerade ganz woanders. Herzlich. Ich kann das auch selbst aufräumen. Geht's Ihnen nicht gut? Nein, nein, alles okay. Entschuldigung, ich... Ich wollte nicht neugierig sein. Aber ich sehe manchmal Dinge... Sie sind so ein großer Arzt. Sie haben... So viele Menschen Gutes getan. Und ich dachte... Vielleicht kann ich Ihnen irgendwie helfen. Ja, schon. Ich hätte nicht fragen sollen. Sie müssen mich für eine schrecklich neugierige Person halten. Mir geht's wirklich nicht besonders gut. Wenn ich irgendwas für Sie tun kann? Bringen Sie mir doch bitte einen Drink. Und wenn Sie gerade schon dabei sind, schenken Sie sich doch bitte selber auch einen ein. Zum Einstand. Meine Frau und ich sind wirklich sehr zufrieden mit Ihrer Arbeit.